Drei Okay Und Eins Zwei Drei Zwei Zwei Sonst Zwei Vier Ja Eins später Andere Seiten. Ach, das ist eh gut. Okay? Und. Eins. Zwei. Drei. 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 Okay. Das ist gut. Okay, wir gehen über diese kleine Fencing-Pieße. Und ich versuche, was passiert hier. Maja nicht beschreibt, wie wir in dieser drange Position von beiden blockieren mit dem Dagger. Wir sagten, okay, vielleicht wir in dieser Weise attack. Oh, da! Sie ist pariert. Sie ist pariert. Ich bringe mein Dagger auf hier. Und in dieser Position. Und von hier, wenn ich meine Hande hier habe, dann kann ich für die Hande und gehe für die Hande. Okay? Er sagt, ich gehe für die Right-Side. So, wenn ich die Hande hier habe, kann ich hier, kann ich hier, kann ich hier. Kann ich da. So, die Right-Side ist offen, weil ich die Kontrollen bin. Um, sie gibt es nicht, und die Kontrollen auf meine Arm, die sehr effektivend blockiert mich, und steckt in. Er sagt, dass sie nicht steckt, aber ich denke, dass meine Right-Side ist offen, und sie benutzt das. So, um, die Interessante Sache ist, dass wir jetzt aus der Linie stecken aus der Linie. Und, um, sie sagt, dass sie weg mit ihr Right-Side mit beiden Feen und stecken zu ihr Fas. Und, ihr könnt es sehen, sie sehen, wie sie auch nicht. Und, sie hat keine Rechte hier, aber ich stecke zu ihr Fas. Das ist ziemlich interessant. Und, um, um, also, dass sie, um, um, so, wie sie sagen zumничehen ist to protest, um sie 잡 cozynd Halca und tue Advisory ist zu Kollegen what faculty, sich um ich. Wir hatten eine kleine Diskussion darüber, wie das funktioniert. Auch wenn dein opponent viel größer als du. Der Arm ist bereits auf. Wenn sie dort, sie benutzt meine Weak-Line. Das ist ziemlich leicht, um die Balance zu brechen. Okay, ich denke, das ist alles. Danke, Moni. Und danke dir.